Es ist ein Samstag, 5 Uhr früh, als Tutte Alexander seine Tarnhose anzieht, seine Tarnjacke überstreift, in seine Tarnstiefel steigt und sich mit einer Flüssigkeit einsprüht, die ihm seinen menschlichen Geruch nimmt. Er tritt aus seiner kleinen Waldhütte, noch ist es dunkel, weit und breit keine Lichter, nur Bäume. Er hängt sich eine Armbrust über die Schulter, die den Namen Angpia Aggressor trägt. Sie schießt Pfeile mit einer Geschwindigkeit von 120 Metern in der Sekunde. An diesem Tag im November 2017 ist Bärenjagd, für Tutte Alexander einer der schönsten Tage im Jahr. Sie sind bereits Digitalabonnent. Hier anmelden.